Der Auernick Höhenweg in der Nähe des Auernick Gipfels Der Auernick Gipfels Am Weg zum Auernick Sattel Am Grat zum höchsten Punkt der Tour, wo sich der Weg nach Norden dreht Am der Auernick Gipfels Am 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 Das war's für heute. Abstieg zur Watschinger Alm Querung des Watschinger Almbaches Abstieg zur Watschinger Almbaches Die Nassfeld Gedächtnis Kapelle Der schon auf italienischer Seite liegende Nassfeldsee Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.